ich will kurz was ausprobieren hier rein nervt nichts nerven machen wir das hier auf oder zu ja ich habe schon ein paar aufgenommen die ich jetzt wieder lösche weil ich 15 minuten hier rumgehebt bin und das nicht lösen konnte jetzt gesehen wie es geht und somit willkommen zurück endlich richtig zu zelda twilight princess so der letzte geist wartet und er wollte jetzt nicht das machen aber gut dann zum wolfen hallo geisterchen die gegner hier so so schwer bist du noch nicht ha dänkstchen nochmal yes und das war der letzte geist sauber alles geschafft wie gesagt ich mache es fast wieder blind weil es sicher zehn jahre her ist ja ja so alter socke bin ich schon so eine alte socke so eine alte socke meine ich jetzt nehme ich gern noch eins gut gut dann gehe ich raus gut kleine aufnahmepause es geht in die haupt hallo ich habe mich wie viel jetzt noch kommt ich glaube ich werde jetzt mal kurz zurück soo hier geht es nicht mehr weiter ich glaube ich nehme noch äh pink nach oben nach oben ein äh hallo schräfte danke hehehe ja das schläf genau so volle energie und es geht runter runter zum buddha achja ich sollte vielleicht noch gut gut dann es wartet ja und ich habe nachgeschaltet es ist der Tempel den ich denke mit dem Tischen äh mit dem Item das ich denke ok dann wäre jetzt wohl alles wieder da und die Tür geht auch oder das Tor oder der eiserne Vorhang je nachdem je nachdem ja äh ja 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 ich wollte hier durch ja ja so mal sehen was uns was uns hier wartet und was uns hier erwartet ok ok hallo burschi so geht's und ihr seht hier eine Vertiefung was hat das zu bedeuten was hat das hier zu bedeuten da muss man vielleicht da muss man vielleicht was ist hier ein Zwischenboss höh ich denke nicht dass es gesund ist wenn ich da runter gehe erstmal sehen was im anderen Raum ist ha 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 ja ich habe übrigens das Gamepad mal so eingestellt dass es darauf dasselbe läuft und deshalb irritiert mich das ein klein wenig hier ihr seht jetzt links rechts dass da was ist genau und ich ahne was hier passieren wird ich muss also doch hier lang weil das sehr ungesund wäre suche ich hier mal wenn man will tief geht es eigentlich nach unten ok so tief gar nicht wie ich dachte nein 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 das kannst du nicht burschi so nein wenn nämlich ungern alles runter fallen so weit nach unten geht es hoffentlich gar nicht mehr ok die nehme ich auch noch kurz und was gibt es hier so ah nix gut den Rest können wir glaube ich fallen gut dann zahnrad zahnrad zahn was achso ok kein Zwischenboss auch nicht schlecht also gut weißt was du nervst oder beziehungsweise du hast genervt eben noch gegner da man riecht es förmlich was gibt es hier ein Schlüssel wozu war hier ein Schlüssel ich habe gar kein Schloss gesehen hör mal ich geh mal ganz nach unten genau so hier was ja du nervst so und noch weiter nach unten hier auch noch was besonderes äh greifen vielleicht so was haben wir hier aha jetzt noch weiter nach unten nee das riecht nach Zwischenboss oh ja okay ähm ähm oh das riecht ich noch doch irgendwie was ach das ist ein Raum okay Au! Das war der Fies. Das hättest nämlich. Ich muss hier aufpassen. Das ist die Wiese. Weißt du was? Ich glaube, ich benutze hier als Wolf. Nehme schneller. Das ist mir das Gefühl. Ja, ich... schon. So. Kommen wir noch mehr? Ja. Wette geht's. Geht ihr? Das geht. Ähm. Okay. So, das... Jetzt geht's hier. Ach, wie? Na, jetzt wohne ich so. 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 Na, hallöchen, fröchen! So. Der Wolf ist hier gar nicht verkehrt. Die Wolf-Verwandlung. Sehr gut. Jetzt. Was? So. 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 Aha. Das Timing abpassen. Entschuldigung, jetzt kommt noch jemand. Ist er mit der Energie ab? Nö, man verschwindet doch. Alter, das ist gerade so ein persönlicher Albtraum für mich. So Kälber und alles. Eigentlich habe ich nicht einen Insekten, aber wenn Spinnen wäre, ich hätte eine leichte Arachnophobie. Also ich denke, ich spüre jetzt eine Spinnen an mir. Nein, nein, aber... Genie habe ich sie trotzdem nicht. Also ich bin kein Mensch, der Spinnen mag. Am besten sag ich es mal so. Hey Tante! Wo kommst du denn her? Hallo. Oh, endlich draußen. Ach, der neige junge Mann von neulich. Schön dich zu sehen. Reise mich doch ein Stück gemeinsam. Wir müssen uns schon vorher getroffen haben. Ich bin getroffen im Wasser, das haben wir auch nie verpasst. Aber macht ja nichts. Ich mach Bescheid. Du reise mir sehr Zeit. Ach, oder? Ja, 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 ja. Erst möchte ich noch von dieser Energie, dann geh. Und durch! Uh, die Tante ist ja wirklich dazu da, dass man raus kann. Oh, ich glaube ich gebe jetzt wirklich. Na gut, dann kommt mal ihr Käfer. Und... Bam! Ich sollte mich wohl beeilen hier. Bam! Ähm... Swapen von Hyrule. Offiziell hier. Uh! Aha, hier bist du mich nicht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Dann lass mich lieber mit. Autsch, das war nicht so gemeint. Äh, Link? Ja. Ich will nichts sagen, aber manchmal ist ja ein bisschen selber schuld. Ich will nichts sagen, aber gut. Ah, hört doch auf. Ach, Stahlfossi. Na gut, dann eben... Gefühle. Ne? So. Kommt ihr. Mann, ihr sollt mich nicht nerven. Ah, ihr kommt schon noch. Wie sollt ihr hier? Ah, die sind so schnell. So. Jetzt bitte, ihr habt ja ein bisschen Absicht. Oh. Meine Vorsicht. Kommt mich nicht zu nahe. Hehehe. So. Gibt mir noch was? Ne. Gut. Ach, gut. Ba Baa 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 BaaA Ja. Natürlich. Dann eben nochmal. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Paho Paab. Hehehe. Okay, jetzt gehe alles auf. Sehr guuuuut. Bl корпенные Municipale. Okay. Schwer war es nicht. Schwer war es jetzt wirklich nicht. Gut, jetzt sind wir vor zweit. Chere animo. Und hier durch. Okay, jetzt wird es brenzlig. Es wird sogar sehr brenzlig. Äh, das war jetzt blöd. Ja, ich habe keine Probleme, oder? Jetzt noch hier rauf. Oh, da sind wir gerettet. Verzieht euch! Ich muss auf jeden Fall über ein Toom-Toom-Freeder. Im ersten Spiel. Jetzt sind wir ins Karabäne. Obwohl die Karabäne tödlich sind. Ja, das Karabäne gibt es wirklich. Oder gab es wirklich. Keine Ahnung, ich bin da nicht gewandert drin. Jetzt glaube ich, ich gebe das mal zum Zwischenboss. Gefehlte überhaupt nicht, dass ich hier nichts sehe. Dann löst mir das doch gut mit dem Gespür. Aber hier ist es wohl. Okay. Okay. Ja gut. Wollen Sie sich das hier... Okay. Alles klar. Hätte ich nicht tun sollen, aber muss ich ja. Okay. Eine Klinge. Eine Klinge. Weggeführt von... Geisterhand. Wohl kaum. Dann halt zum Wolfi. Hat mir genug. Und da sehen wir uns. So leifts. Hast du genug? Nein, so wie du hast. Das ist nix. Okay, das ist schon creepy, oder? Oh, das muss ich wohl ausweichen. Okay. Ah, man sieht ihn jetzt. Mensch. Das war wieder das anders. Schön. Ausrüsten. Hat mich auch nicht so schräg. Ja und? Ich habe keine Angst vor dir. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal hier die Bomben wegnehmen. Kann ich sagen, aber... Es hat überhaupt nichts gebracht. Wie geht denn das? Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Anvisieren. Ah. Es geht. Nein, überhaupt nicht creepy. Autsch. So. So kann man den nicht anbeziehen. Das ist doch Betrug. Okay. Okay. Wieder als Wolf. Und... Bisschen wir mal trauen. Okay. Jetzt muss ich wieder als normal. Ah, gut. Ich kann mich ja bewegen. ... Und... ... Waffen. Auch nicht schlecht. Und... ... bewegt dich... ...nicht. Nein, das tust du mir nicht an. Aber ich dir. Zickt! Woher denn auch? So. So. Ah, nein, nein, nein. Washi. Der hält schon was aus. Alter, wie viel hält der aus. Gut, es braucht wenigstens kann ich, oh gut. Es braucht Pfeil hier, aber sonst. Also, wir dürfen das du mal besiegt sein, Washi. Nein, endlich. Jetzt hätte ich es als Wolf versuch. Fangstoss. Besiegt! Oder nur Deppett. Besiegt. Was bekomme ich dafür? Ah. Okay. Gut. Das ist eine gute Bilanz, oder? Nur ein Herzteilfolger. Gebraucht. Äh, ein Herz. Gut. Und das heisst. Wie lange sind wir Schatz? Nein, Schatz! Nein, ich kann es nicht. Mein Herz hat ihn zur Zeit wieder anlegen, richtig. Der Gleiter. Seine Hilfe kannst du dich vom Boden lösen und im Gleitflug Hindernis überbinden. Öffne mich hier von bla 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 und lege ihn auf bla bla bla. Du gehst während des Fluges B, um durch die Drehung des Gleiters auch da, deine Gegner anzugreifen. Ah, das ist jetzt so ein geiles Item, ey. Gut, ich glaube hier nehme ich die... Das... Was soll ich denn nehmen? Ach, ich tue es mal auf die Stiefel. So, jetzt seht ihr was geiles. Ah! Ich finde es geil. Gut hier. Jetzt muss man hier wohl noch was auslösen, oder nicht? Oder nicht? Ah, genau. Jetzt seht ihr was ich meine. Jetzt kann man hier, nämlich schön... Ist es geil? Oder ist es geil? Ich würde sagen, es ist geil. Ah, das gut sind wir beim Endkampf. Mein Boss, dieses Dungeon. Das habt ihr schon erraten. Das heißt wahrscheinlich, Dass es einen großen Boss geben könnte. Aber Eis nach Mann. So. Himmel habe ich da noch nicht drüber gesehen. Mal sehen. Ich sag, Treibsandale ist kein Problem mehr für uns. Irgendwo habe ich hier was gesehen, oder nicht? Jetzt können wir hier, überall, wo es diese Schiene gibt, aber jetzt durch. Seht ihr? Ist das geil, oder ist das geil? Ich sage, es ist geil. Ich kann nur hier treffen. Und zwar so. Ah, ich kann sogar steuern. Weiss ich gar nicht mehr. Das wusste ich gar nicht mehr. Alter, das ist so geil, das heißt ja, das feiere ich extremst. So, und wo geht es jetzt hin? Okay, jetzt wird es brisant. Geronimo Chimichanga. Jetzt kann man hier, oder da. Okay, das ist natürlich ungesund. Und ich kann auch nicht mehr... Kannst du die Rettung? Ja, ich kann auch nicht mehr... Ja, ich kann auch nicht mehr... Gut, ihr seht schon, es ist kein Spaziergang. Trotzdem. Das ist es ja nie. Ah, genau. Links hat es auch. Ah, Spaziergang! Ah! Ah, ah, ah! Komm, Mann! Ich mach' nicht so was. Ich geh' noch hoch. Okay. Und... Wo will ich jetzt hingehen? Ah! Rubine? Oder was? Ja, leider hab' ich zuviel. Was? Hab' ich was verloren? Egal. Dann geht's wohl da lang jetzt. Juhu! Ich, ich feil' das. Kann ich dich plaschen damit? Äh, äh, bam! Komm so! Komm so! Bam, 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 bam! Hehe! Komm, bevor ich Marty McFlyball zurück in die Zukunft... Da, 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 da! Ach komm, das geht ja ewig. Komm so! Aber mit dem Helmspalter wär' hier nicht schlecht! Obwohl, der kommt immer wieder. In der Zeit mach' ich mir hier mal was Sinnvolles. Ein Herzteil! Und... ...ein zusätzliches. Ich glaub' ich mach' hier noch kurz was Sinnvolles. Weiss ja niemand, der wieder kommt. Na? So! Komm so! Ja, genau. Tschüss! Voll. Ich muss wohl warten, bis dort das Andere erscheint. So. Jetzt muss ich hier wohl... Genau, timen. Am besten jetzt! Sehr gut. Jetzt geht's da lang. Okay. Timen! Nein, hier passt kein Timen. Doch, ein wenig schon. Hä? Scheiss! Ich drück' den falschen Knopf. Haha! Ich bin abgesprungen, statt zu springen. Kann man überhaupt springen? bis als wenn ich B drücken kann? ... ... noch mal von vorne. Dada 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 dada. Heiojo! Ab es ist, wenn man B drückt. Das Timing haben wir ja! Ich denke mal, es ist... HETT! Ja, es ist B, es ist B. HETT! Okay, das war jetzt nichts. Das war... Was ist denn hier los? Herz oder Rubine? Läuft? Ja, meine Jumis auch. So, okay. Falls es Spaß macht, machen wir es nochmal. Ich mache alles aus extra Fels, genau. Ja, natürlich nicht. So, bisschen Herz. Okay. Vielleicht das Timing! So! So! Oh Gott! Wieso wollen wir bis da weitergehen? Aha! Ja, so kann man den Tag verbringen, ne? Hehehehe! Wir gehen! Den! Hähähähähäh! Link! Oh, jetzt kommt der auch wieder. Mann, du nervst. Was ist das jetzt? Ich muss mich echt nerven. Ja, so gut. Mach das nochmal. Tschüss. Ich bin fies, ich weiss. Mein Herz auf Ehren kann niemand verwehren. Oh, tut mir das auch. Danke, Link. Und... Timing. Link hat den Herz, bekommt den Herz. Alles sauber. So. Und Link, jetzt bin ich. Ach, kein Schalz. Timing, Timing. HET! Ahaha. Jetzt nochmal in die Richtung. Yum, 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 yum. Okay. Gut. Läuft. Ach, jetzt... Ihr gebt da keine Ruhe, oder? Hier. Für dich. Hahaha. Das macht mir mehr Spass, als ich es tun sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf dem Bildschirm. Oh. Hr. Das macht mir mehr Spass, als es sollte. Ich weiss, ich bin manchmal ein bisschen... ...dadistisch. Ich glaube, ich bin... ...mit der Platz in meine Gelblöse. Auf wundersame Weise. Wie sei denn hier... ...hier los? Na gut, das war mir im nächsten Fall. Als es mir gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Das ist Jenny. Tschüss. Ich hopefully... Ich hoffe. Ich hoffe. Untertitelung des ZDF, 2020